Bundesliga Ahoi. Holstein Kiel ist aufgestiegen. Ahoi Bundesliga. Holstein Kiel ertönt das Triumphlied des Aufstiegs. Es war ein Ereignis, das tief im Herzen der Fußballanhänger von Holstein Kiel verankert bleiben wird. Nach einem Jahr voller Leidenschaft, Ausdauer und Entschlossenheit haben die Störche das fast Unmögliche wahrgemacht und ihren Platz in der höchsten Spielklasse des deutschen Fußballs der Bundesliga gesichert. Die Stadt Kiel, die meist durch ihre maritime Atmosphäre und die Kieler Woche bekannt ist, wird nun auf der Fußball-Landkarte eine entscheidende Rolle spielen. Die Kieler Störche, wie der Fußballverein liebevoll genannt wird, haben alle Erwartungen übertroffen und sich selbst in den Olymp des deutschen Fußballs befördert. Die spannendste Begegnung der Saison war definitiv das Match gegen Fortuna Düsseldorf. Es war ein kräftemessenden Duell, bei dem die Kieler die Möglichkeit hatten, ihre Stärke und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen. In einer packenden Begegnung, die mit jeder Minute an Intensität gewann, behielten die Kieler ihre Nerven und gewannen mit einem spektakulären 1-0 gegen Düsseldorf. Der entscheidende Push für den Aufstieg und Moment des Triumphs, der in die Geschichte des Holstein-Kiel-Fußballvereins eingehen wird. Der Weg des Kieler Fußballvereins zur Bundesliga war jedoch kein reiner Freudenlauf. Es war ein Weg geprägt von harter Arbeit, ein Weg voller Herausforderungen und Widrigkeiten, aber auch ein Weg, der den unerschütterlichen Willen des Teams und den innigen Glauben ihrer leidenschaftlichen Fans zeigte. Auch die Unterstützung der Fans hat einen wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. Trotz der Bestimmungen aufgrund der Covid-19-Pandemie, die kein Publikum in den Stadien erlaubten, haben die Fans ihre Unterstützung nicht vermissen lassen. Ob durch Online-Support, Geisterspiele-Partys oder einfach durch beständige moralische Unterstützung, die Kieler Fans standen zu ihrem Team in diesen herausfordernden Zeiten. Jetzt, da der Aufstieg in die Bundesliga gesichert ist, werden die Kieler ihrem Ruf als harter Gegner gerecht. Sie haben es bewiesen, dass sie nicht nur bereit sind, mit den Besten zu konkurrieren, sondern dass sie das Zeug dazu haben, Herausforderer zu sein. Die nächsten Monate werden spannend und es wird interessant sein zu sehen, welche neuen Herausforderungen und Abenteuer das Team von Holstein Kiel in der Bundesliga erwarten. Holstein Kiel hat mit seinem Aufstieg gezeigt, dass Träume im Fußball wahr werden können. Mit Hartnäckigkeit, Ausdauer und einem starken kollektiven Spirit haben die Kieler ihre Vision zur Realität gemacht und werden nun die Ernte dieser harten Arbeit genießen. Es bleibt zu verfolgen, wie das Kapitel Kiel in der Bundesliga geschrieben wird. Aber eins ist sicher, die Störche sind bereit, ihre Flügel zu entfalten und mit den Großen des deutschen Fußballs zu fliegen. Es gibt keine Worte, die dieses historische Ereignis vollständig einfangen können. Für das Team, den Verein, die Fans und die Stadt Kiel selbst ist dies mehr als nur ein Fußballspiel. Es ist eine Ode an den Willen, die Entschlossenheit und das Engagement, die dazu geführt haben, dass ein kleiner Klub aus einer Hafenstadt in der Bundesliga spielt. Sicher ist, dass die Fans von Holstein Kiel jede wertvolle Sekunde dieses Triumphs genießen werden. Denn für sie könnte es kein süßeres Lied geben als das des Aufstiegs in die Bundesliga. Anita Farke, Sonntag, 12. Mai 24.